Die Baby nicht mehr. Und diese Essenszeit, du sehn die Gelbe? Sechs Minuten. Sechs Minuten. Sie wollen doch nicht warten, dass die Kirchenglocken jetzt aufhören zu schlagen. Ja. Macht's doch an Silvester auch nicht. Ich hab's schon vergessen. Also für mich ist Silvester noch jetzt, im Oktober. Das war die Ankündigung. Das war die Ankündigung. Bei sechseinhalb Minuten Verspätung. Das war die Ankündigung. Das war die Ankündigung. Da ist es auch normal. Echt? Aber auch immer wieder. Einmal? 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 Nein, da ist es nicht. Einmal? 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 Er ist nicht so gut. Tut sich eine Minute lang nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sehen das alles in einer anderen Perspektive hier, die da jetzt drin sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020